Ja, hallo und herzlich willkommen meine Lieben, ich bin's, euer Mo50P und ja, ich hab hier ein kleines süßes Paket von Apple bekommen. Ich weiß noch nicht, was drin ist, weil ich mir jetzt zwei, drei Pakete bestellt habe. Aber ich dachte, wir machen das einfach mal hier auf. Hab ja mal das so abgeklebt. Ja, das ist Shipping-Informationen und so weiter und so fort. Aha, mein Mini-Displayport 2VGA-Adapter, wunderschön. Jetzt soll ich hier weg tun, das auch. So, wunderbar, wollen wir es doch einfach mal öffnen, mit so einer kleinen Lasche. So, guck mal gleich mal rein. Hier haben wir noch hoffenweise Krams dabei. Hier, Zeugs und so. Und, ja, hier ist, äh, so. Da raus, Hummel, da raus, Hummel. Und da haben wir es. Hier ist noch deine Kappe drauf. Wunderschön. So, ich finde die Verpackung auch sehr hübsch. Bisschen schlicht, aber doch ganz schön. Ja. So, wir können da alles für reintun. Zumachen. So, und wir sind fertig. Von daher würde ich sagen, tschüssi Kowski und haut rein. So, gut. So, jetzt den Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020